Zwölftausend Einwanderer pro Jahr ziehen. Da heisst es dann schnell mal statt Moritz Leuenberger Morislav Leuperkowitsch. Statt Michelin Calmeret Micholina Calimero. Statt Sami Schmid Ham Sami Ben Ashmed 12.000 Einwanderer pro Jahr. Und die schaffen dann auch in der Werbeagentur. Da heisst es dann schnell mal statt wir leben in Zürich wir leben Zürich. Die SVP sagt, in 30 Jahren sind drei Viertel der Schweizer Bevölkerung Mohammedaner. Und von denen sind wiederum drei Viertel Fundamentalisten. Das kann durchaus sein. Aber die Frage ist ja, wer wird ihre Partei? Wer wird die Hauspartei von den islamischen Fundamentalisten in der Schweiz? Die SVP ist ja das gleiche Partei-Programm. Die vier großen P. Patriotismus, Patriarchat und Parakulinarische Partnerschaft. Auf Deutsch, Frau anhert! Die schriftartige Musik Die schriftartige Sprache der Geschenk und die zirr der Lager die der die Ja, Reet, Fil, Matam, Aljamil, Restaurant Wilhelm Thäl. Lille Pouretzmorgen. Ju, Jadu, Butterzupfe, Schinken im Teig, Speckrösti, Donner-Kebab, Dottel-Couscous. Wä, Fini, Haia, Hadith, Albiskuitli Reet. Wä, Rakisa, Buchtanzerin Jamila. Rita Fuhrer. In 30 Jahren, dann tritt ich in Afghanistan auf mit meinem berühmten Scretsch Taliban an der Streetparade. Zahlt von der Pro Helvetia im Rahmen vom kulturellen Austausch. Und der Ahmad Dinejad verzählt im Gegenzug im Bernhard Theater Judewitz.